Hallöchen Freunde und Willkommen zu einem neuen Challenge Ankündigungsvideo. Sorry, dass es jetzt die letzte Woche oder zwei Wochen, ich weiß es gar nicht, keins mehr gab, aber ich war letzte Woche weg, Freitagabend bin ich erst um, wann bin ich heimgekommen, um neun oder so, deswegen Samstag war für mich komplett ausruhen, weil ich total hinüber war, aber heute gibt es ein Challenge Ankündigungsvideo und es wird heute eine Special Challenge werden für die nächste Woche, ich hoffe das klappt und zwar möchte ich eine Collab Challenge machen, also eine Kollaborations Challenge, auf gut Deutsch sucht euch einen Partner und baut mit ihm was Geiles zusammen, was ihr baut ist mir komplett Wumpe, ihr könnt bauen was ihr wollt, Hauptsache es ist cool und ihr baut das zusammen und das Ganze bis, lasst mich kurz überlegen, damit ihr noch einen Tag mehr habt, quasi bis Samstag um 16 Uhr, die Folge kommt dann logischerweise erst sonntags und ja, wie gesagt, sucht euch einen Partner, baut was cooles mit ihm zusammen bis Samstag 16 Uhr, ich bin gespannt was bei rumkommt, ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, Tschüssi!